Ja, ich weiß, du willst den neuen Porsche Taycan sehen, kommt auch gleich. Allerdings wäre es super, wenn du davor unseren YouTube-Kanal abonnierst. Wenn bei Porsche eine neue Ära anbricht, dann ist das keine sogenannte Kleinigkeit, sondern ein Umbruch, der das Fundament von Porsche nachhaltig erschüttern oder auch verstärken kann. So schaut jetzt angeblich die Zukunft aus. Also auch die Zukunft von Porsche. Und dass der Porsche Taycan vorne ein Porsche-Logo drauf hat, macht ihm die Aufgabe definitiv nicht leichter. Meine Erwartungen sind super hoch. Und ob er diese auch erfüllt, ich würde sagen, wir schauen uns das gemeinsam an, ob er den Job auch standesgemäß erledigt. Doch was bedeutet standesgemäß bei einem Porsche? Meiner Meinung nach fängt standesgemäß schon mal bei der Optik an. Denn wie kaum eine andere Marke hat Porsche eine unglaublich ausgeprägte Design-DNA, die sich natürlich auch auf den Taycan auswirkt. Flach, breit und überraschend lang steht er da. Irgendwie ein Mix aus 911er und Panamera. Aber am Ende doch ganz anders als der Rest der Porsche-Familie und trotzdem sofort als Porsche zu erkennen. Innen kommt man als Porsche-Kenner sehr schnell zu Hause an. Ergonomisch perfekt und den wichtigen Markenmerkmalen, die ein Porsche 2020 halt so mitbringen muss. Der Taycan Turbo S mit dem Ich-Durch-Wien-Gondel kommt gut ausgestattet auf 214.000 Euro. Das ist schon eine imposante Summe und zweifelsohne schon mal ein Statement an sich. Und dass ein Taycan, egal in welcher Ausstattung, kein Schnäppchen ist, erklärt sich eh irgendwie auch von selbst. Der Turbo S ist das Top-Modell des Taycan und so ziemlich der ärgste Elektriker, den man serienmäßig kaufen kann. Die Leistungsdaten sprechen für sich selbst. Ja, 2,8 Sekunden von 0 auf 100, das ist schon super. Dann auch noch die 260 kmh, auch toll. Mit 761 PS kein Problem, aber was du wirklich brauchst ist, schon mal schnell auf die Autobahn. Von 80 auf 120 mit 1050 Newtonmeter, naja, ich würde mal sagen, 1,3 Sekunden, nämlich so. Das Haar hält. Taycan. Den Rekord für das schnellste elektrische Serienmodell am Nürburgring hält aktuell nicht der Taycan. Allerdings geht ein Porsche nach drei heiß gefahrenen Runden auch nicht in die Knie. Und das ist, was Porsche von Tesla und Co. definitiv abhebt. Denn der Taycan Turbo S macht die schlimmsten Beschleunigungsorgien immer und immer wieder ohne Murren mit. Die Batterie lässt sich weder unter Volllast noch beim Laden zum Schwächeln hinreißen. Der Taycan packt eine Ladeleistung von bis zu 270 Kilowatt. Nun, 270 Kilowatt sind in Österreich zwar noch nicht flächendeckend, doch der Taycan nimmt auch gerne 140 Kilowatt. Und zwar flott. Wie mein Kollege Andi festgestellt hat, ist Geschwindigkeit ohnehin eine Grundtugend des Taycan. Welch Geisteskind der Taycan Turbo S ist, zeigt sich schon an der Fahrmodi-Auswahl. Es gibt nämlich einfach keinen Eco-Modus, dafür zwei Sportmodi. Und ganz ehrlich, das ist richtig schirch, wenn man voll beschleunigt. Das fühlt sich so arg an, als wenn einem ein Esel mitten ins Kreuz tritt. Oder vielleicht doch eher das Stubkrater fährt, vorne vom Porsche-Emblem. Man muss natürlich nicht wie ein Irrer damit heizen. Denn der Taycan Turbo S kann auch ganz gemäßigt als Alltagsfahrzeug bewegt werden. Mit viel Platz, einem großen Kofferraum, maximalen Komfort und maximale Zuverlässigkeit. Also eigentlich so, wie seine angebliche Konkurrenz eigentlich recht gern unterwegs wäre. In den internationalen Medien wurde so viel berichtet über den Porsche Taycan. Und das meiste, was man gelesen hat, war, der Taycan ist ein Tesla Model S-Killer. Aber wenn man ganz ehrlich ist, der Taycan und ein Tesla Model S, das einzige, was die gemeinsam haben, ist, beide sind elektrisch. Denn bei Porsche geht es um eine andere Philosophie. Hier geht es um Zuverlässigkeit, um Perfektion und natürlich auch um Performance. Das ist was, wo Tesla echt nur nachbessern muss, was Porsche aber schon in der DNA drinnen hat. Und ja, Porsche weiß auch, mit dem Taycan wird man wohl eher nicht die Welt retten. Denn wenn sich jemand um 214.000 Euro einen Taycan Turbo S kauft, dann hat er wahrscheinlich auch noch zwei, drei andere Autos in der Garage stehen. Und an die echten Porsche-Fans, an die Frage nämlich, ist der Taycan das Ende für die Porsche, den wir kennen? Nein, das ist eigentlich erst der Anfang. Das Video war ja jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Also wäre es jetzt auch ganz super, wenn du unseren YouTube-Kanal kostenlos abonnierst.